Das ist doch nicht. Dass jemand in den Schuss reinrennen müssen. Das ist doch nicht. Au, du Opfer. Scheiß Teammate. Sprengt der Teammate mit den... Boah, du stehst so... Junge. Steh... Steh mir doch nicht im Weg. Stirbt, ihr blöden Zombies. Hä? So, erstmal dreimal Galerie, bitte. Oh, gucken wir, sonst noch was hat. Das ist die Überwachungskamera. Also die Zweitwaffe, die ich jetzt da habe, die... Ist zwar an sich ganz nett. Das Problem ist nur, die hat so wenig Muni. Wie schnell sich die Kollegen infizieren lassen. Vielleicht Antispray mitnehmen. Grünes Kraut. Vielleicht ein Natenpfecher voll, weil ich jetzt auch schon drin habe. Nein, mache ich noch nicht. Denn hier ist ein Datenpaket. Wo komme ich denn hier lang? Oh, so bewege ich mich nur im Kreis. Okay. Da kann ich ja nochmal schnell die Datenpakete abgeben, um nochmal meinen Punkt zu sichern. Ich finde wieder eine schwarze Karte. Liegt aber bestimmt... Es hört sich an wie eine Massenhorde an Zombies. Habe ich die Schlüsselkarte schon aufgesammelt? Nö. Ähm, ja gut. Wo könnte die schwarze Schlüsselkarte sein? Wo könnte die schwarze Schlüsselkarte sein? Wo ist das? 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 Was ist das? Ich glaube, ich bin infiziert. Ja toll, ich kann nicht mehr tun mehr. Geh doch weg mit deiner Zunge. Heilige Scheiße. Das ist aber knapp. Finden Sie bitte den Pixel, der dir heilen tut. Geh doch, ich stehe Schmolani. Geh doch, ich stehe. Geh doch, ich stehe. So, war es das mit den Leckern? Oder geben wir noch ein paar Lecker auf die Eier? Ja. Keine Ahnung, dass ich eine andere Waffe aufgehoben habe. Ja, was ist das? Außer, dass ich eine komplett falsche andere Waffe aufgehoben habe. Ja. 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 Wollte ich ja gerne. Ich werde hier gerade ein bisschen belagert. So, erster Hilfespeck kann man immer gut gebrauchen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr eine andere Waffe aufgehoben. Aber reicht die Pistole. Ich werde nicht mehr aufgehoben. Ich werde nicht mehr aufgehoben. vor allem wo ist die eigentlich überhaupt diese hier gar keine minen die alles was weiß ich nicht hier finde ich wohl kack muss ich gerne auf da brauchen wir uns ins gesicht zu käuschen natürlich dass man nicht befehlen kann hey du da nimm mal grünes kraut du könntest ein bisschen leben gebrauchen eigentlich müsste man bei den dings verbraten so gesehen hier unten ist ein erster hilfe spreader kann ich den einen ja mal gleich mitteilen wenn er nicht gleich nach drei kilometer wieder nach vor rennen würde so dann ist er ja schon mal gehalten dann kann ich mir schnell die medizin holen das erste hilfe spray ich bin alt ich sag ich dir wieder wachen kann man lösen so aus was bringt das eigentlich mit dem die bewahrungskameras zu machen die beschlimmste dorte von zombies und ich bin nervös und was man brauchen dann bevor ich vom helikopter stützpunkt gehe in höchst und da sieht es aus schade Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die M.A. ist eine Kanzlerin, mal schießen. Jungs, sag mir jetzt nicht, die liegen tot auf dem Boden, Alter. Nee, die sind zum Glück lang nicht tot auf dem Boden. Das war ein Krankenhaus.